Hallo! Ich muss mal Fernsehen ausmachen. Nein, ich muss Fenster zu machen. Das ist ja nicht zu laut. Hallo! Und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Ich bin wieder da. Ja, live und in Farbe bin ich wieder da. Der Urlaub ist vorbei. Gut, wenn ihr das Video seht, ist der Urlaub vorbei. Wir haben aber noch Urlaub. Also, ne? So sieht das nämlich aus. Ich drehe ja den Haul immer eine Woche vor. Jetzt wollen wir mal näher, oder? Genau. Ja, ich war ein bisschen unterwegs. Wo war ich denn zuerst an der Bank? Dann war ich bei der Post, dann war ich bei Hermes, dann bin ich rübergefahren zum Müller, weil ich online was bestellt hatte. Und ich wusste nicht, wie lange, ne? Wo waren die das? Und dann beim DM Aldi Lidl. Beim Aldi habe ich immer nur das Prospekt geholt. Ja, der Experte hatte einige Wünsche und ich glaube, ich habe sie gut erfüllt. Müsst ihr jetzt hier liegen? Potzeli nicht hauen. Sag mal, was ist denn los? Also die Katzen, ne? Den Jupportel, echt das Fell. Es ist unmöglich hier, wie die sich benehmen. So, wir fangen jetzt erstmal an mit einer Tüte hier, die sehr lieblos ist vom Bäcker. Da ist eine... Genau. Eine... Ich habe total den Farb verloren. Eine Nussecke ist da drin. Eine Nussecke, genau. Dann habe ich hier ein paar Wiener mitgenommen, denn wir wollen einen Ausflug machen. Die habe ich aber jetzt vom Rewe mitgenommen. Bin jetzt nicht noch extra zum Metzger gefahren, weil ich ja eh bei Rewe war, weil ich noch Soße kaufen musste. Da habe ich uns ein paar Wiener mitgenommen. So unterwegs. Wir frühstücken nämlich immer gerne unterwegs, weil wir einen Ausflug machen. Einmal Lachsschinken. Dann einmal Südtiroler Speck. Dann ein Purzel. Dann ist ja alles gefallen, Nelly. Dann einmal Prosciutto Cotto. Also den esse ich immer sehr gerne auch mal aus der Hand. Ich habe nochmal Frühlingsrollen mitgenommen. Ich glaube, ein Paket habe ich noch. Aber sowas machen wir uns ja gerne mal im Air Fryer. Wir haben noch eine Heißluftfritteuse, kein Air Fryer. Danke. Ja, die Gurken waren heute ziemlich klein, deswegen habe ich zwei mitgenommen. Ich habe irgendwie Bock auf Gurkensalat und ich glaube, ich mache heute einen. Jo. Ein Gurkensalat beim Essen dabei. Ich glaube, das passt da ganz gut. Einmal Kakao, hier für Monique. Ach Purzel, du machst mich wieder voller Haare. Ja, Milch. Wir brauchten Milch. Milch ist nämlich hier ausgegangen, das erste Mal. Äh, fast. Fast ist die Milch leer. Einmal Milch. Dann sollte ich mitbringen Reis. Dann nehmen wir ja immer hier, du so einen Langkornspitzenreis im Kochbeutel. Jo. Noch Reis. Dann Salat. Den habe ich, glaube ich, übrigens geschenkt gekriegt in der Lidl-App. Ein Eisbärtsalat. Dann nochmal Kakao. Dann hat der Experte aufgeschrieben, er möchte diverse Soßen haben. Da habe ich was Interessantes gefunden beim Lidl. Grillsoßen. Aber auch so, ja, chinesisch angehaucht. Deswegen habe ich die mal mitgenommen. Irgendwo ist auch noch eine dritte. Einmal Soße Mango Aprikose Chili. Hört sich ganz gut an. Dann noch Bacon Jalapeno. So zum Dippen, ne? Der möchte nämlich, glaube ich, irgendwie diverse... Also ich habe einmal Hähnchen, einmal Schweinefleisch mitgebracht. Im Backteich machen, irgendwie so. Zweimal Butter. Die war nämlich leer. Dann ein Prospekt vom Aldi. Mehr habe ich da wirklich nicht geholt. Ein Bressot Feine Kräuter. Der war im Angebot beim Lidl. Dann, ähm, jo. DM hat sich auch hier reingeschlichen. Einmal Katzenfutter, Trockenfutter. Die eine liegt jetzt übrigens hier auf dem Tisch. Und der eine hier vor mir auf der Bank. Die müssen ja immer dabei sein, ne? Dann habe ich bei DM noch gesehen, die waren irgendwie runter. Ich glaube, 25 Cent oder so. Sowas packe ich ja gerne mal als Geschenk ins Trashy. Oder einfach mal so eine Verlosung. Von der Balea Q10 Antifalten Tages- und Nachtcreme. Ich finde solche kleinen Pöttchen immer sehr gut für unterwegs im Urlaub. Dann, ja, Fusselrolle einzelne hatten sie nicht mehr. Aber meine ist sowieso schon fast kaputt. Da fehlt nicht mehr viel. Deswegen habe ich dann eine ganze Fusselrolle mitgenommen. Einmal, zweimal, dreimal, viermal Purina Gourmet. Und ich muss gleich einmal Pause machen und ein bisschen was wegpacken. Weil die Katzen sich so fett machen hier. Schlimm. Dann habe ich Chesie viermal mitgenommen. Von DM. Genau. Hier hat sich noch ein Kongstrong XXL reingemogelt. Den stelle ich mal hier hinten hin. Am selben Moment mit der XXL. Dann war ich ja, wie gesagt, bei Müller eben, ne? Da habe ich, ähm, ja, ein Shampoo gefunden. Von John Frieda Go Blonder Shampoo. Ein bisschen mal, das werde ich behalten und mir dann halt auf meine Haare machen. Und zweimal Duftöl, einmal Honig. Die sind echt gut, ne? Diese Pajoma. Also wollt ihr intensive Duftöle haben, sind die super. Einmal Honig und einmal Tee und Mandarine. Also richtig tolle Düfte. Und richtig intensiv. Wir hatten bei Müller einiges runtergesetzt. Ähm, und zwar haben die auch Masken runtergesetzt gehabt. Äh, für 50 Cent. 50 Cent. Für Verlosungen habe ich die mitgenommen. Einmal Cadea Vera Aqua Kadabra Tuchmaske. Ich habe mir da auch welche mitgenommen, als ich mit meiner Schwester, ähm, ja, im Urlaub war. Da, die muss ich auch noch testen. Dann Underwater Party. Ne? Ich weiß ja immer, dass viele von euch keinen Müller haben oder nicht so oft zu Müller kommen oder gar nicht. Dann freut man sich, wenn eine Verlosung, wenn sowas dabei ist. Rainbow Crab Tuchmaske. Uni Whale Tuchmaske. Ne, die kosten sonst 1,99 und 50 Cent runtergesetzt auf so einen großen Stand. Nehme ich die doch mal mit. Und zweimal Augenpads. Einmal so Meerjungfrauen. Das fand ich ganz süß. Auch 50 Cent. Und einmal, äh, ja so Nupfeln. 50 Cent. Dann hat sie von Terra Naturi. Einmal online und einmal auch bei Müller vor Ort noch runtergesetzt von Euro. Und da habe ich nämlich nur 3 Sachen mir so mitgenommen. Einmal von, äh, ja, von Terra Naturi. Ich habe ja gerade schon gesagt. Glow Bright Highlighter Palette. Dann nochmal hier ein Baked Bronzer. Den habe ich jetzt vor Ort dann mitgenommen. Und einmal ein Baked Blush. Also ich werde davon nichts behalten. Das wird halt für Verlosungen sein. Für Adventskalender, etc. pp. Aber da musst du zuschlagen, ne? Wenn du von Anfang des Jahres schon so Adventskalender planst, ist das immer gut. Da kann man nämlich, ja, das Ganze ganz stöbern. So, hier ist der Beutel. Wo ich dann halt auch online was bestellt habe. Ähm, dank der lieben, genau, Belladonna. Die hat mich drauf aufmerksam gemacht. Macht ja leider kein YouTube mehr. Äh, Baked Blush. Habe ich hier nochmal. Ist das derselbe? Das ist derselbe. Genau, das ist derselbe. Dann nochmal den Bronzer im Bronzy. Ist auch derselbe. Aber für einen Euro kannst du halt mal machen, ne? Dann haben wir die Highlighter-Palette. Aber nochmal die andere. Das ist ja cool. Warte mal, wo habe ich sie denn jetzt hingetan? Hä? Ach, die habe ich jetzt jetzt runtergegeben. Ich glaube nicht. Das war die doch, glaube ich, hier nicht, ne? Doch. Nein. Ha! Das ist nämlich eine andere. Uhu. Aber da habe ich gesehen, die hatten sie im Laden jetzt nicht runtergesetzt für einen Euro. Naja, ist egal. Ähm, ich habe zwei verschiedene Highlighter-Palette. Ähm, ach, eine Sache ist doch für mich, siehste. Und dann habe ich nochmal einen Blush. Und zwar den Rosy Blush. Und einmal den Bronzy Brush. Blush. Blush. Blush, Blush. Ach, und dann habe ich hier doch noch Bronzy. Ach ja. Drei Blushs. Mein Gott. Und dann habe ich aber für mich die Serum Foundation. Ähm, mit pflegender Shearbutter und Mandelöl in der hellsten Farbe genommen. Natural Beige. Die wollte ich gerne mal testen. Und dann bin ich gespannt. Jo. Also da konntest du jetzt nicht meckern. Dann musstest du einfach zuschlagen für den Preis, ne? Da würdest du da anders mageln. Einiger hätte ich das anders geplant haben. Aber gut. Da der ja bei uns an der Arbeit ist, wollte ich das dann so verbinden. Aber ich wusste ja nicht, wie lange lassen wir das da. Also ich werde jetzt erstmal was wegpacken und dann habe ich gleich wieder Platz. Also bis gleich. So, da bin ich wieder. Der erste Schwung ist weg. Hinten fürs Zimmer habe ich hier in die Tasche gepackt. Dann geht es weiter. Ach, Puzzle, nee. Puzzle, nein. Mensch, geh doch mal da weg. So, ich habe nochmal Kornflakes mitgebracht. Ähm, hier Topaz, aber nachgemachte Topaz. Die nachgemachte Topaz, die kannst du gut essen. Alles andere nachgemachte eher nicht. So, dann haben sie Moniks Personalausweis noch abholen. Dann hatten sie auf so einem Wühltisch beim Lidl, halt diese 1-Euro-Sachen, ne. Habe ich jetzt hier mal so drei Becher mitgenommen, auch für Verlosungen. Dann einmal Sweet Chili-Sauce, weil ich glaube, wir hatten nicht mehr viel. Ich sollte einmal mitbringen Sonnenblumenöl. Dann tue ich das. Dann habe ich hier nochmal zweimal 3,5%ige Milch. Einmal Hähnchenbrust, hat sich der Experte gewünscht, habe ich mitgebracht. 600 Gramm. Und noch einmal Schweine-Minuten-Steaks, jo, 400 Gramm. Dann, ach, ich liebe Bergkäse. Und den haben sie im Moment in Aktion, deswegen habe ich sofort zwei mitgenommen. Eine Einpackung habe ich schon lernen. Einmal Trinkpäckchen hier für Monique. Dann einen französischen Weichkäse, Common Bird. Einmal Käsesalami. Ja, so frische Wurst vom Metzger hole ich immer nur am Wochenende. Ja, wie viel Wolle hatten sie im Angebot beim Lidl. 1,2,9, dann nehme ich die mal mit. Bei David isst du ganz gerne. Dann hatten sie noch im Angebot Kinder Bueno White. Dunkel hatten sie auch, aber hier wird es noch weiter genommen. Dann einmal hier nochmal ein Paket Bergkäse. Und der ist so schön dünn geschmitten, ne? Lecker. Dann habe ich nochmal mitgebracht Schweinehackfleisch XXL. Mal gucken, ob der Experte Bock auf Frikadellen machen hat. Ich weiß es noch nicht. Ach nee, dann habe ich, siehste, da brauche ich Eier dann, wenn. Habe ich schon nicht keine mitgebracht, weil ich wollte jetzt immer Eier holen. Wir haben ja so ein Eierapparat hier im Ort stehen. Und da wollte ich dann mal halt gucken. Weil, also voriges Mal, die waren ja so klein und nicht schön und nie. Prospekt vom Lidl. Dann hier 3x Karaten. Also das brauchst du ja aber nicht im Kühlschrank packen, ne? Das schmeckt Klammig dann nicht. Dann habe ich Pfefferbeißer mitgenommen für unterwegs. Delikatesse Pfefferbeißer. So. Oder halt mal so zum Schnabolieren. Ach guck, hier ist die Soße noch. Genau. Die Teriyaki Sesam. Würzig süß. Die habe ich auch noch mitgenommen. Ich dachte, das passt da auch ganz gut zu. Zigaretten. Dann noch ThongStrong XXL. Wie gesagt, das ist ja im Angebot, ne? Habe ich 10 Stück mitgenommen. Dann haben wir hier noch ein Viererpack Cola Zero. Wie immer vom Lidl. Obwohl im Moment muss man echt schnell sein. Das ist getränkemäßig, ist vieles weg. Ja, wir haben ein neues Klopapier. Eine neue Limited Edition von WM. Sanft und sicher. Don't worry, be capy. Jo, mit? Happy Hippos drauf? Ne, das sind Wasserschweine. Das sind Wasserschweine. Genau. Jo. Das war's. Das war mein Einkauf. Für diese Woche. Mein Haul. Küchen Haul. So, und jetzt gucken wir mal, was der Purzel so treibt. Machst du. Hm, Purzel? Die Leute haben dich alle vermisst. Sag mal guten Tag. Oder eher nicht. Da kommt noch eine Schnecke. Ja, heute keine zweite Wäsche. Heute hatte ich nur eine Maschine. Und dann schauen wir doch mal, wie's Wetter ist. Nicht wie's Katzenklungen ist, wie's Wetter ist. Ja, das ist ein sehr ungewohntes Bild. Ach komm, jetzt hat er sich ja schon, ist schlechtes Gewissen. Der Herr Expert ist zu Hause. Ich hab alles eingekauft, was du wolltest. Er muss gleich kochen. Er will kochen, hat er gesagt. Nicht er muss kochen. Das sind alles besorgt, was ich sehen kann. Ja. Ja. Sogar vier verschiedene Soßen. Ja, ich auch. So, wie ist das Wetter? Wo ist eigentlich, hier fehlt doch eine Katze. Wo ist denn hier noch die andere Katze? Ja, da ist die Mausi. Hallo, guten Morgen. Joa, Wetter ist so lala. Irgendwie so ein bisschen drückend. Naja. So sieht's aus. Das ist der Sommer 2024. Nix los hier. So. Einmal umdrehen. Da kommt die nächste. Jetzt bin ich nicht mehr in der Küche. Jetzt ist es uninteressant. So, ich werde jetzt meine Sachen alle wegräumen. Und ja, der Experte kann dann anfangen zu kochen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Macht's Beste draus. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bin ja wieder da. Tschau. Tschau. Bis zum nächsten Mal.